Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo und herzlich willkommen beim Pretty Nail Shop 24. Mein Name ist Anna. Heute zeige ich dir die neuen Yolifin Colortag Effect Coats. Es gibt sie in sechs traumhaft schimmernden und glitzernden Varianten. Bei Shiny Gold, Golden Glitter, Rainbow Glitter, Golden Dust, Shiny Pink oder Shiny Silver fällt die Entscheidung nicht leicht. Jeder einzelne Lack setzt besonders luxuriöse Akzente. Die Effect Coats werden als funkelnder Abschluss auf die mit Nagellack manikürten Nägel aufgetragen. Auf den vorbereiteten Nagel trägst du den Colortag Nagellack Rouge Noir auf. Lass den Lack ausreichend an der Luft trocknen. Anschließend klebst du ein Sweet & Tasty Nail Art Tattoo vom Bogen 2 auf den Nagel. Darüber streichst du den Effect Coat Golden Glitter als schillerndes Highlight. Wenn der Effect Coat an der Luft getrocknet ist, versiegelst du dein Design mit dem Top Coat und lässt es wieder ausreichend trocknen. Gefällt dir das schillernde Kunstwerk? Im Online Shop findest du alle Colortag Lacke und Effect Coats noch einmal im Überblick. Mit den vielfältigen Farblacken und den unterschiedlichen Effect Coats ergeben sich unzählige Varianten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald, deine Anna.